Musik Heute sind wir im vierten Zeitlauf, 400 Meter der Männer. Daniel Binatz aus Essen an der Spitze. Jetzt zufrieden zu die ersten. Raus noch auf TV Erdengard. Auch Hand zwei im Moment. Und so geht es auch auf die 10-Grade. Daniel Binatz aus Tobias Raus noch. Dahinter Patrick Müller. Das sind die ersten drei.